Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge hatten wir durch Munitionsmangel ein paar Problemchen und zwar hier diesen Raum zu clearn. Daran haben wir leider nichts ändern können an diesem Munitionsmangel. Was sich ändern könnte wäre, dass er dahinten abhaut. Bringt aber nix, jetzt habe ich eine Munition umsonst verschossen. Gut, hier sind wir wieder auf dem Point of no return, weil er kann natürlich nicht hochklettern. Brauche ich mir gar nicht angucken. Ja ja, er flieht hier wie so eine Nausefalle. So, hier die Boys and Girls. Habe ich eigentlich eine Granate? Nö, habe ich nicht. Schade. So, Granaten wären jetzt... Nice. Aber dann probieren wir es doch einfach mal mit... Gehen wir aus. I put your grenade myself. Das hat ihn nicht zerstört, als ob ihn das nicht kümmert. So ne... Also... Echt, das ist so ne Storytelling? Wollt, ich hab nur noch eine. Leg dich hin. Ach, jetzt habe ich umsonst hier wieder ein Dings rausgehauen. Was haben wir denn hier? Okay, okay, okay. So, warte mal, da ich ja hier... Nope. Kaum noch Munition habe. Ich habe hier jetzt dafür... Warte mal. So, wir probieren jetzt mal die nächsten mit Granaten wegzuschmeißen hier. Oh. Oh, 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 oh. Fährt jetzt nicht gut. Oh, oh. Ah, ich kann die hier runter schubsen. Das ist natürlich auch was. Zack. Und. Voll runter. So, und wir haben wir jetzt doch hier oben, Freunde. Das nervt mich, wa? Okay, warte mal, kann ich den hier irgendwie anderweitig, äh... Ey, das ist super nervig, ey, dass ich die Viecher auch nicht irgendwie, äh, da schützen kann. Ich weiß nicht, wie zum Teufel soll ich das noch erledigen. Ach so, Schleichangriff, na, dann machen wir das doch so, Freunde der Sonne. Dann, mach ich das doch so. So, probieren wir das nochmal aus. Irgendwann müssten ja die nächsten Boys und Girls kommen. Wenn das so geht? Und, why not? Na? Öffnen wir nochmal die... Alter, du bist ja auch ein Wichser. Na raus hier. Warte mal, wir geben uns jetzt erstmal kurz ein Mini-Pack. Ich hab noch einen Schuss. Das war jetzt clever. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt mit dem machen soll, wenn der da nicht rausgeräumt wird. Und ich hab noch mal wieder rausgeheben, wenn ich sie nichtالkennen möchte. Du bist ja nicht mit dem Fall. Wie ist es überhaupt ein Junge-Pack? Du bist ja nicht mit dem Fall. Aber ganz gut! Du bist ja nicht mit dem Fall. Ich hab schon einen Moment. Dann hast du immer auf den Fallon. Und ich habe es auch einen Schuss dazu gemacht. Ich hab dich nicht mit mir gemacht. Ich habe das, woher nhà ich geradezu seid. Okay. So, ich hab nichts mehr an Munition, wa? Nichts. Das heißt, wenn jetzt hier jemand kommt, dann bin ich am Arsch. Und zwar richtig böse. Und lass mich raten, nach oben sind wieder 27 andere Zombays. Nee, sind sie nicht. Okay, hier haben wir zumindest schon mal einen Kontrollpunkt, einen Speicherpoint. Das finde ich sehr entspannt und sehr nett von dem Spiel. Dass uns das Spiel doch nochmal hier sagt, okay, du darfst speichern. So, hier sagt mir das Spiel, okay, du darfst hier nicht rein. Achso. Okay. Das war jetzt natürlich nicer, nicer. Hier gibt es ein bisschen Munition. Gibt es hier dann auch nochmal Munition. Hier gibt es aber nochmal Teile. Okay, hier kann ich nochmal hochklettern. Da wollen wir aber noch nicht hin. Oder wollen wir da hin? Bissen wir da hin? So sieht aus, wie bissen wir da hin? Aber wir können doch auch hier brennen, oder? Das ist doch eigentlich jacke wie Hose. Na ja, obwohl. Und da kann ja auch noch was kommen. Kann ich jetzt hier irgendwas drücken? Nope. Kann ich hier jetzt irgendwas drücken? Ah, Leert, hast du wiederholt drücken. Das mit Klackern hört ihr jetzt natürlich wieder. Fleißig, fleißig. Lackere Glocke. Genau. Hö! Was ist denn hier? Alter. Ganz kurz. Ganz kurz. Medi. Ich war völlig instant, Alter. Die ist mir eindeutig zu stark. Ich hab keine Munition, ne. Ach, okay. Das ist nur der. Das ist nur so. Ähm. Ähm. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz checken. Ich hab nichts mehr an Munition. Wow, ich hab nur eine Granate. Okay. Lasst mich mal hier kurz vorbei. Äh, V, warte mal kurz. Warte mal kurz. Noch ein Medi-Pack mir ganz kurz grebbeln. Danke. Wo ist denn der Polizist? Also wo ist der... Wo ist die miese Ratte? Die geil auf mich ist. Okay. Äh, dann lass das nochmal ganz kurz. Nein. Ich hab keine Munition, kein nichts. Wow, da bist wir. Wo würde ich schon nicht die Granate ins Gesicht schmeißen? Okay, warte, 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 warte. Wir müssen mal ganz kurz hier hingehen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts... ...machen. Weil ich von nichts, aber auch gar nichts, ne Munition habe. Cool. Äh, ich kann jetzt nur versuchen wegzurennen. Das ist meine einzige, äh, Hoffnung, die ich habe. Ich kann nichts machen. Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Ohne Munition wird der Spaß nichts. Okay. Gut. Freunde der Sonne. Wir haben hier den Safe Point. Ich bin ein wenig frustriert. Deswegen machen wir heute die Folge einfach mal ein bisschen kürzer. Ähm, ich hoffe dennoch, ihr hattet, äh, Spaß. Ähm, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Ähm, und, äh, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen. Ohne, ich está mit mir soar. Menschen veroma clingern. Ja, ich kann es clockieren. Oder auch das alles ist. Wir müssen ein wenig anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020